Hallo und herzlich willkommen! Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video mit mir und ich habe in China Stifte bestellt. Überhaupt nicht teuer, die waren ziemlich günstig. Ich habe die selber so auch noch nicht an der Hand gehabt. Das Problem mit China Stiften oder generell mit China Produkten, wenn man die direkt irgendwie dort bestellt, ist ja, dass man einfach sehr lange warten muss, ehe man die bekommt. Also ich hatte jetzt die Lieferzeiten zwischen vier und fünf Wochen. Das ist natürlich für ein Produkt für irgendwie 50 Cent oder 1,50 Euro oder so ziemlich ziemlich lang, aber dafür sind sie halt auch sehr günstig. Ich fange mal direkt an und zwar mit den Finelinern. Die hier. Das ist einmal 0,2 vom Durchmesser und 0,4 hier von der Spitze. So angeblich kann man halt dann, wenn man irgendwie nass rübermalt oder auch mit Aquarell benutzt oder so, sollten die eigentlich nicht verschmieren. Und das probieren wir jetzt einfach mal direkt aus. Ich habe hier so ein Stück Aquarellpapier mir hingelegt. Ähm, genau. Achso, genau. Und hier hat ein Stift 52 Cent gekostet, ja. Was halt ziemlich günstig ist, so für Fineliner, ja. Wenn man sich überlegt, dass Markenprodukte ja dann doch irgendwie deutlich teurer sind. Ähm, und ihr habt einfach auch viele verschiedene Strichstärken. Das ist halt wichtig, ne. Also ihr könnt die auch noch 0,1 und 0,05 kaufen. Ihr könnt die auch im Pack kaufen, dass ihr dann verschiedene Strichstärken irgendwie, also acht Stifte in acht verschiedenen Strichstärken habt. Ich habe mir jetzt nur die zwei geholt, weil ich nicht so mega viel mit Finelinern arbeite. Ähm, genau. Und da legen wir gleich mal los. Äh, ich probiere mal hier erst den 0,2 aus. Und der ist auch wirklich schön, richtig schön schmal. So, jetzt probiere ich hier den 0,4 aus. Ähm, also der, der 0,2 hat sich schon richtig toll geschrieben. Also richtig super. Ähm, ich habe überhaupt gar nichts, äh, gar keinen Unterschied gemerkt. Ähm, zu den Markenprodukten. So, und wie gesagt, die heißen ja Water Resistant. Und ich habe jetzt hier so ein bisschen Aquarellfarbe für mich auf den Pinsel gemacht. Ähm, das hier ist schon angetrocknet, das verschmiert auch nicht mehr. Das ist super. Äh, also auch für Linkshänder richtig gut, weil Linkshänder ja besonders verschmieren Probleme haben, wenn sie dann mit der linken Hand arbeiten und direkt rüber wischen. Und ich probiere das jetzt hier einfach mal aus. Das sieht aber sehr, sehr gut aus. Hm, ja. Verschmiert nicht, verwischt nix. Kann man auch ganz, ganz toll für, ähm, Mixed Media benutzen dann. Ähm, schon cool. Und für 52 Cent, also kann man halt echt nichts falsch machen, ne? Kann man nicht mehr ganz. Und ich finde halt auch, ähm, die Kappe auch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber es gibt manchmal irgendwie so, wenn man so Kappen rauf macht, das fühlt sich irgendwie nicht so fest an. Und dann hat man das Gefühl, dass die Kappe runter geht. Und das Problem ist ja, wenn die Kappe abgeht, wenn man die Stifte zum Beispiel transportiert, dann trocknen die ja einfach aus. Und das ist bei denen gar nicht. Also die klicken hier richtig schön rein. Die sind, die sind fest. Und die sind wirklich sehr, sehr schön schwarz. Und auch einfach water-resistant. Das hat man ja bei ganz vielen Fineliner nicht. Äh, oder beziehungsweise man muss da einfach immer raufschauen, ne? Dass die halt wirklich, äh, wasserfest sind und dann nicht verschmieren. Ja. Das dazu, ich lasse mal das Aquarellpapier gleich hier, weil ich hab nämlich noch hier solche Stifte mir geholt. Und da stand dazu, diese Buntstifte, dass die, dass das eigentlich Aquarellbuntstifte sind. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Also ich, ich zweifle wirklich ein bisschen. Die haben, ich glaub, 1,50 gekostet. Das Coole ist aber hier, hier ist gleich ein Anspitzer mit dabei. Kann man die gleich anspitzen. Und ich find das Design halt voll süß. Und die sind klein. Also die kann man irgendwie mit hinnehmen, wenn man irgendwie reisen geht oder für Kids sind die total süß, äh, auch vom Design her. Ähm, ja, ich find die echt, echt süß. Also hier steht produced und designed in Korea. Also es ist kein China-Produkt, es ist ein koreanisches Produkt. Äh, aber wie gesagt, angeblich sollen das, äh, äh, Aquarellbuntstifte sein. Ich probier das jetzt einfach mal aus. Äh, äh. So, bei Aquarellbuntstiften, da muss man ja nicht so ganz genau sein mit dem Ausmalen, So wie ich es jetzt auch gemacht habe, weil letztendlich verschmiert man ja dann den Rest. Also der wird ja dann so ein bisschen verwaschen, weil das ja so Buntstifte auf Wasserbasis sind. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe hier meinen Pinsel, einen nassen Pinsel einfach. Und ich wische einfach mal drüber. Und wie man sieht, es passiert gar nichts. Also so wirklich nichts. Ich kann hier drauf rumreiben. Im Vergleich, ich habe jetzt gerade noch mal hier den Watercolor Pencil von Faber Castell geholt. Und da male ich mal hier einfach zwei Blätter an die Seite. Und versuche mal das Gleiche. Da ganz anders. Könnt ihr das sehen? Ja, das sieht man ziemlich gut. Dass die hier richtig schön die verwaschen halt einfach. Und man kann dann hier im Prinzip die Striche ziemlich gut verwaschen. Also jetzt sieht man meine Buntstiftstriche sieht man jetzt nicht mehr so stark. Ich zeige es nochmal hier. Da sieht man es ziemlich gut. Fazit, die Stifte sind wirklich super süß und für Kiddies und klein und zum Transportieren echt gut. Man hat auch gleich einen Anspitzer mit drin. Für 1,50 Euro kann man grundsätzlich auch nicht so viel falsch machen. Allerdings Aquarellbuntstifte? Nein, auf gar keinen Fall. So, dann wird es jetzt aufregend. Und zwar, ich habe hier drei Brush Pens. Und die probiere ich mal aus. Ich mache den hier mal auf. Fangen wir mal mit dem Schwarz an. Also den gibt es übrigens auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Den kann man auch im Pack holen. Ich habe jetzt einfach immer nur einen geholt, weil ich nicht weiß, wie die von der Qualität sind und so und alles. Der besteht nicht aus einer Filzspitze der Stift, sondern der besteht aus einzelnen Synthetikfasern. Wie bei einem normalen Pinsel. Hier könnt ihr das ganz gut sehen. Ist ja erstmal nicht schlecht. Aber halt auch ein bisschen schwieriger in der Handhabung tatsächlich, wenn man noch Anfänger ist im Brushlettering. Also die Kontrolle über so ein Brush Pen mit einzelnen Synthetikfasern ist natürlich deutlich schwerer. Aber ich finde den Effekt sehr, sehr cool. Ich mag das ganz gern, wenn man auch mal so ein bisschen so einen Brushing-Style hat. Und hier einfach, hier kann man dann nämlich solche Sachen kreieren. Dass die Farbe halt ungleichmäßig abgegeben wird. Und das gibt nochmal so einen rawnen Look einfach. Deswegen, also cool. Hat glaube ich irgendwie 1 Euro gekostet der Stift. Die Links zu den Produkten, die packe ich euch übrigens alle auch rein in die Infobox. Ich bekomme da kein Geld für, dass ich das mache oder so. Das ist wirklich nur für mich so ein Test. Ich habe die Produkt bestellt. Wirklich kann man auch mit günstigen Sachen Brushlettering machen oder günstige Stifte taugen wie was. Und der taugt auf jeden Fall was. Wie gesagt, ihr solltet euch bloß sicher sein für Anfänger mit einzelnen Pinselfasern, also Synthetikfasern. Ist halt ein bisschen schwieriger. Bei dem Stift war es tatsächlich so, also ich bin mal gespannt, wie der jetzt reagiert, dieser Stift. Weil ich habe den in so einer Packung bekommen und der Stift war so ein bisschen auf. Also so habe ich den bekommen. Ich hatte gleich so Bedenken, oh mein Gott, also nicht, dass der irgendwie angefangen ist auszutrocknen. Ich habe dann die Kappe einfach so rauf gemacht und habe ihn beiseite gelegt. Also ich habe ihn bisher noch nicht ausprobiert. Aber ich habe so ein bisschen meine Bedenken, weil die Kappe nicht richtig drauf war, als ich den geschickt bekommen habe. Also der wirkt ziemlich trocken und das ist eine Filzspitze. Und die ist so ein bisschen länglicher. Also die ist länglicher als, sage ich mal, Markenstifte, zum Beispiel aus Deutschland. Den Edding Brush Pen, den mache ich mal hier im Vergleich. Der ist so ein bisschen kegelförmiger, der Edding Brush Pen, den kann man hier sehen. Der wird nach unten hin zum Stiftende, wird ja nämlich dicker und ist dann aber vorne auch drin. Und der hier ist einfach ein bisschen schmaler. Ja, ob das gut oder schlecht ist, das will ich hier gar nicht beurteilen. Das muss man halt ausprobieren. Sind beide flexibel. Den Edding packe ich mal wieder weg. Und hier kann man auf jeden Fall sehen, beim Schreiben ist die Pinselspitze sehr flexibel. Das Problem ist bloß, dass hier keine Tinte mehr drin ist, keine Farbe mehr. Der ist einfach ausgetrocknet. Das ist echt ein bisschen mies, ne? Ja, weil wirklich, ich habe den geliefert bekommen und die Kappe saß nicht richtig drauf. Also hier absoluter Fail. Das liegt ja aber tatsächlich einfach daran, dass er ausgetrocknet ist. Und ich kann ja nicht wirklich testen, wie gut der schreibt einfach, weil hier kaum noch Farbe drin ist. Deswegen weg damit. Aber ich habe ja noch den hier und da bin ich ganz aufgeregt, wie der so sein wird, weil ich den schon bei einigen Mal gesehen habe. Den habe ich aber selber noch nicht geholt. Und der hat 1,50 Euro gekostet, dieser Brush Pen. Ja, ich finde, der sieht ein bisschen cheesy aus, hier so mit dem Gold. Und das ist ein bisschen too much für mich, ja? Also ist so ein bisschen... Aber hat auch irgendwie wieder was, ja? Also... So ein richtiger Kalligrafie, so ein chinesischer Kalligrafiestift. Und es gibt hier zwei Seiten. Es gibt einmal... Ah ja, das ist ein kleiner Brush Pen. Die sieht aus wie bei den Pentel Touch oder beziehungsweise bei den Tombow Fodenosuke. Ja, das ist eine kleine Spitze. Die probiere ich direkt mal aus. Ja, absolut genial. Also ich finde ihn richtig gut. Der schreibt richtig schön. Man kann ja auch sehen, die Abstriche... Und die Aufstriche, die sind... Also die Aufstriche sind wirklich dünn. Man kann mit dem wirklich sehr dünn schreiben. Und die Abstriche hingegen, die werden richtig schön dick, weil man viel aufdrückt hier, wie ihr das hier seht. Und ich kann aber auch ganz dünn... Und hier immer schön im Wechsel. Der liegt richtig gut in der Hand. Ich bin begeistert von der kleinen Spitze auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch diese große Spitze. Oh, krass. Die ist wirklich groß da. Das hier ist ein Magenprodukt da hingegen. So hoch. Ich versuche mal in den Fuß. Ja, Schärfe gibt es nur beim Innen da. Hier, Fuß, der Fokus. Fokus, Fokus. Hier ist der Fokus. Beide. Jetzt sind beide im Fokus. Also das obere ist der Edding Brush Pen und das untere ist der Platinum. Der schwarze Stift und deutlich größer. Mal schauen. Oh, ah, okay. Der biegt sich aber gar nicht so doll. Sondern der ist relativ fest. Also ihr könnt das bestimmt sehen an der Kamera. Der ist von der Länge her sehr fest und nur oben die Spitze biegt sich so ein bisschen. Ansonsten ist der hier ziemlich fest. Sehr, sehr cool. Also echt für den Preis, muss ich ganz ehrlich sagen, bekommt man zwei Brush Pens in einem mit unterschiedlichen Pinselspitzen. Ja, also es gibt ja noch diesen Fudenosuke Twin. Der hat ja zwei Pinselspitzen. Einmal ein Grau und einmal ein Schwarz. Aber die Pinselspitze ist ja genauso groß. Also die sind ja gleich groß. Und hier hat man halt eine kleine Pinselspitze und eine große. Also absolut genial, das Ding. Und 1,50 Euro, ne, habe ich dafür bezahlt. Ich meine, ich habe auch vier Wochen gewartet. Oder ich glaube, fünf Wochen. Aber kann man nicht schmeckern hier. Und zwar habe ich ja noch diese weißen Stifte hier. Die kamen in so einen Viererpack. Und ich weiß, ganz viele von euch suchen ja auch ganz gerne mal weiße Stifte. Das Pendant ist ja so ein Gelroller, den ja jeder kennt wahrscheinlich. Diese weißen Gelroller, die haben aber manchmal das Problem, dass die vorne an der Spitze verkleben und dann sehr ungleichmäßig die weiße Farbe auf das Papier geben. Also ich habe schon einige ausprobiert. Ich habe günstige ausprobiert. Ich habe teure ausprobiert. Super nervig manchmal. Ich habe mir jetzt einfach nochmal die bestellt. Haben, glaube ich, 1 Euro gekostet. Das Viererpack. Und einen davon probiere ich mal aus. Auf meinem schwarzen Papier. Wieder hier von der Optik. Seht ihr, ist natürlich ein bisschen kindermäßig. Also hier sind irgendwelche Teddybären und Engelchen und so drauf. Also ja, ganz süß. Und die Spitze ist übrigens 0,8. Steht hier drauf. Tada! So, also bis hierhin ging das echt schon mal ganz gut mit dem Gelroller. Also ich habe ja hier die Schwünge auch ein bisschen schneller gemacht. Da finde ich, hakt das bei mir jedenfalls zum Beispiel, wenn ich andere weiße Gelroller verwende, sobald ich dann ein bisschen schneller in der Bewegung bin im Schreiben, wird dann die Farbe gar nicht mehr abgegeben. Und wenn ich langsamer schreibe, dann gibt er ganz viel Farbe ab und dann wirkt das sehr ungleichmäßig. Hier finde ich es relativ gleichmäßig. Also ich merke tatsächlich, dass die Farbe auch nicht ganz 100% gleichmäßig abgegeben wird. Aber ich finde, im Schriftbild sieht man das nicht. Nur wenn man wirklich ganz nah rangeht und vom Gefühl her. Und dann eine große Sache finde ich jedenfalls bei Fokaligrafie mit dem weißen Stift. Wenn ich jetzt hier meinen zweiten Bogen ansetze und dann noch zwei oder dreimal über meine weiße Farbe drüber gehe normalerweise, dann malt er das nicht aus, sondern dann hebt er dann die erste Schicht weiße Farbe irgendwie ab und gibt dann aber nicht mehr ab. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Jedenfalls sieht das dann ganz oft ausgekratzt aus. Und hier finde ich, geht es voll. Also der gibt hier trotzdem die weiße Farbe ab, obwohl ich hier ein paar Mal rübergehe. Und der hinterlässt wenig Spuren. Also man sieht es schon, dass es nicht komplett gleichmäßig ausgefüllt ist. Aber ich finde es bei weitem besser als andere Gelroller, die ich schon ausprobiert habe. Und bin eigentlich ganz happy. Hier im Vergleich ist es auch ein günstiger Gelroller. Auch in weiß. So, und wir haben hier einfach das Problem, dass die Farbe sich erstmal so eingrooven muss. Ja, also der hat auch gelegen. Aber ihr seht hier, was ich meine. Das ist ein günstiger Gelroller. Den habe ich jetzt einfach mal rausgeholt und wollte damit direkt anfangen zu schreiben. Funktioniert gar nicht. Der sieht mega, mega blass aus. Also im Gegensatz zu dem hier. Wirklich richtig schlecht, finde ich. Also von der weißen Farbe her seht ihr jetzt hier ganz gut den Unterschied. So, ich will jetzt den weißen Gelroller noch einmal ganz kurz auf Kraftpapier ausprobieren, wie das wohl aussieht. Ich finde es natürlich, ist es ja natürlich ein Unterschied, ob ich auf schwarz male oder ob ich auf Kraftpapier male, weil das Kraftpapier ja ein bisschen heller ist. Ich finde aber trotzdem, dass man das weiß ziemlich gut sehen kann. Und ich kann jetzt hier natürlich auch noch mal ein bisschen nachziehen. Aber wenn ich sage, ich möchte hier vielleicht noch ein bisschen mehr Vokaligrafie reinmachen mit dem Stift und meine Abstriche einfach noch betonen, dann kann ich hier noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr die Buchstaben betonen. Ja, das läuft ziemlich gut. Also ich finde, ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Und jetzt im Vergleich noch mal ganz kurz den günstigen 1 Euro Stift. Ja, hier könnt ihr das ganz gut sehen. Also den sieht man gar nicht, ne? Aber den hat man ja auch hier schon gar nicht gesehen, auf dem schwarzen Papier. Also verwundert uns das natürlich nicht mehr. Ich wollte nur noch einmal sehen, wie es wirklich auf dem Kraftpapier aussieht, weil auf Kraftpapier sieht es natürlich auch immer richtig gut aus, wenn man mit weißer Farbe draufschreibt, anstatt irgendwie mit schwarzer Farbe. Und deswegen, so sieht es aus. Dann habt ihr es schon mal gesehen. Der einzige Nachteil ist einfach an den China-Produkten, dass man halt echt lange drauf warten muss, so vier, sechs Wochen. Und wie gesagt, es kann halt einfach passieren, wie bei dem Stift, dass er einfach ausgetrocknet ist. Aber bei allen anderen Stiften war alles super okay. Und also ich muss halt auch echt sagen, die weißen Stifte waren super. Der hier ist mega, mega toll. Also ich bin so begeistert von dem. Die weißen Stifte und die Fineliner, die sind richtig super. Für den Preis kann man absolut nichts sagen. Also wie gesagt, man muss nicht immer alles mega teuer kaufen. Man kann auch mal ein bisschen günstig sich ausprobieren. Und mit den Produkten, der gehört da nicht mit rein, macht man da echt nicht so viel falsch. Wie gesagt, die hier sind so, naja. Also mal abgesehen davon, dass ich die nicht richtig testen konnte, weil da keine Tinte, keine Farbe mehr drin war. Aber ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ja, und das war es soweit von mir zu dem Thema. Und ich freue mich einfach aufs nächste Mal und habt einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020